Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Ihr feiert es, ich feiere es, ich kann über alte Sets reden, über alte Themen rein und ich habe Bock drauf, deswegen machen wir einfach kurzen Prozess und gehen einfach nach und nach alle paar Jahre durch. Und dieses Video ist etwas spezieller, denn es ist so ein Schnittpunkt. Wir müssen bei Lego irgendwie uns darauf einigen, dass wir eine Zeit vor den Adventurers und eine Zeit nach den Adventurers hatten. Adventurers 98 rausgekommen, eine der besten Serien oder Themenreihen aller Zeiten bei Lego. Und auch ein Schnittpunkt, wo man sagen kann, okay, bis dahin war vielleicht sogar die goldene Zeit von Lego mit Piraten, mit Rittern, mit auch Western, was ich auf jeden Fall dazu zähle, auch wenn es nicht lange gelaufen ist. Und nach Adventurers haben wir immer noch coole Themenreihen bekommen, aber längst nicht so viele, die ich persönlich auch mit meinem eigenen Leben und meiner Kindheit verbinde. Es gab natürlich noch sowas wie Herr der Ringe und Hobbit und sowas, was ich trotzdem cool finde, auch Lone Ranger. Aber das ist vielleicht so ein Cut, so ein Schnittpunkt, wo man sagen kann, okay, ab da hat es sich irgendwie ein bisschen verändert vielleicht. Das ist natürlich immer nur meine eigene persönliche Ansicht. Das müsst ihr nicht so sehen, das werden viele vielleicht auch nicht so sehen und das wird man an dem Ranking auch merken, dass da so ein bisschen viel von meiner eigenen Meinung mit drinsteckt, wie das halt bei Ranking so ist. Die sind halt immer subjektiv normalerweise. Deswegen, ich habe mich sehr auf dieses Video gefreut. Ich denke mal, ihr auch, so wie ihr die letzten Videos, denke ich mal, auch sehr gut fandet oder euch auch darüber freut. Und deswegen würde ich sagen, ohne große Umschweife, lasst die Show beginnen. Es war im Jahre 97, als Lego angefangen hat, so ein bisschen die Optik von den Fahrzeugen umzustellen. Es sollte so sein, dass die Fahrzeuge schneller gebaut werden konnten, leichter zu bauen waren, weniger Teile benutzt werden konnten. Und das sieht man bei vielen Teilen oder Sets auch. Und das Set, was für mich Platz 10 ist, was ein sehr persönlicher Platz für mich ist, ist die 6.5, 6.4. Dieses alte Recycling- oder Müllauto von damals. Denn dazu muss ich sagen, ich erinnere mich nicht mehr an vieles aus dieser Zeit. Also da war ich fünf Jahre alt. Aber ich erinnere mich noch, dass das das erste Set ist, was ich mir von meinem eigenen ersparten Geld gekauft habe. Die Älteren von euch wissen das. Wir hatten früher natürlich auch noch die D-Mark und es gab fünf D-Mark-Stücke, wurden aus irgendeinem Grund Heiermann genannt. Das wusste ich aber auch damals von meinen Eltern schon. Und ich meine, ich habe zwei 5-Mark-Stücke genommen und dieses Set bezahlt. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, was es gekostet hat. Ich weiß aber, wir haben das damals bei einem E-Platz gesehen. Ich habe gesagt, das ist ein super Set, möchte ich gerne haben und habe mir das dementsprechend dann gekauft. Und für mich war das damals das beste Set, was es jemals gegeben hat. Rein von der Sache her, ob das wirklich die Top-10-Set-Liste verdient hat, hier irgendwie aufzutauchen, dieses Set? Wahrscheinlich nicht. Für mich ist es aber ein sehr persönlicher Platz. Deswegen musste das hier ohne Umdenken und ohne Umwege sofort rein. Ich habe es euch angedroht in anderen Videos auf Platz 9. Wir haben immer noch Service-Packs im Katalog oder wieder Service-Packs im Katalog. Je nachdem, welches Jahr ihr von diesen Rankings zuerst schaut. Und es ist fantastisch, dass es das einfach gegeben hat damals. Ich meine, man konnte damals in einem solchen Pack einfach drei Pferde kaufen mit den zugehörigen Steinen, mit den verschiedenen Satteln. Für 3 Pfund und 70 Pennys. Also ich finde, das sollte heute auch wieder kommen, dass man einfach Pferde haufenweise kaufen kann für einen relativ günstigen Preis. Guck mal bei Steine und Teile. Ich glaube, ein Pferd liegt so bei 6 Euro, 7 Euro, je nachdem, was ich hier ausführungs-ist. Und das ist halt heftig mit Sattel etc. Was natürlich auch super ist, ihr wisst es, Western muss ich auch fast nicht mehr so erwähnen, wie bei den Adventurers das so ist. Ich liebe dieses Thema einfach. Und dass es da natürlich auch so ein Accessory-Pack gab, es ist einfach super. Also ihr habt die verschiedenen Hüte, ihr habt die Chrommünzen, die coolen bedruckten Fliesen, selbst die Schilde von den Indianern sind dabei. Das ist einfach eine so grandiose Idee. Vielleicht kann man das heute auch nicht mehr machen, weil man nicht mehr so coole Themen rein hat. Und weil es halt eine Milliarde verschiedene Teile gefüllt gibt. Auch Prints auf irgendwelchen Kennzeichen oder sowas. Vielleicht lohnt sich das nicht mehr, aber ich finde, dass es eine super coole Idee ist. Gerade wenn man seine eigene Westernwelt oder irgendwelche Welten vielleicht einfach nochmal erweitern will. Deswegen, solange es diese Accessory-Packs, diese Service-Packs gibt, werden diese immer in meinen Top 10 Videos gelistet. Nicht ganz weit vorne. Da bleibe ich mir auch treu einigermaßen. Aber sie müssen auf jeden Fall vorkommen. Und auf Platz 8. Ich denke mal, ihr kennt ihn noch. Diesen Truck habe ich auch schon öfters erwähnt. Er hat diese coolen Chrom-Abgasrohre. Es ist eine andere Version eines Trucks, den wir schon mal bekommen haben. Ich habe den in dem Video auch schon mal gezeigt. Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Truck hier nehmen soll oder ob ich diesen coolen Cargo-Truck nehmen soll, der eher noch so dieses alte Design hat. Das ist ja so ein bisschen quasi alt gegen neu. Der ist auch wirklich cool. Und ich habe gedacht, okay, packe ich die beide auf einen Platz. Aber das wäre auch irgendwie geschummelt. Also ich habe mich tatsächlich für den gelben Truck entschieden, weil ich den auch irgendwie von der Farbgebung und sowas alles ein bisschen ikonischer finde. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir diesen Truck irgendwann zu Hause mal gehabt haben. Deswegen ist es der Truck geworden, aber der andere ist halt auch cool. Und generell sind diese besonderen Zugmaschinen in Anführungszeichen für mich auch immer cooler als die, die mittlerweile alle gleich aussehen. Die irgendwie auch so halbfertig nur aussehen, die nicht mal mehr Türen haben. Da ist das hier schon irgendwie ein größeres Highlight, muss man einfach sagen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch an die Fright Nights. Über die habe ich auch schon ein Video gemacht. Wir haben jetzt in der aktuellen Minifiguren-Serie ja quasi Basil den Bad Lord als Remake. Und ich habe hin und her gerogen. Ich glaube, das beste Fright Nights Set ist für mich tatsächlich diese Kutsche. Denn hier haben wir alles, was ich an den Fright Nights halt wirklich cool finde. Es ist meiner Meinung nach eine der kurzen Ritterfraktionen an sich. Wir haben hier den schwarzen Drachen, den ich sogar noch ein bisschen cooler finde als den grünen originalen Drachen. Wir haben das Pferd mit dieser coolen Pferdedecke. Die müsste auch, glaube ich, relativ exklusiv sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es für dieses Set ist, aber für die Themenreihe zumindest auf jeden Fall. Wir haben das Chromschwert, was natürlich auch super ist, den Umhang von Basil. Und wir haben halt auch diese Atmosphäre, die dieses ganze Bild irgendwie wirken lässt. Ich habe es ja auch schon öfter gesagt, bei den Fright Nights ist es bei mir so, dass ich gerade die großen Sets irgendwie nicht so cool finde. Die sehen mir ein bisschen zu hingeworfen aus, ein bisschen zu wenig nach Burgen oder sonst was. Ich kann es auch immer noch nicht so genau sagen, woran es liegt. Aber so eine Kutsche wie diese hier finde ich da schon deutlich gelungener. Es repräsentiert für mich die gesamte Reihe. Was natürlich noch cool wäre, wäre, wenn die Hexe mit drin wäre. Aber an sich ist das trotzdem ein sehr cooles Set, wie ich finde. Und die Fright Nights generell verdienen auf jeden Fall wesentlich mehr Liebe. Auf Platz 6 haben wir ein Set, das viele von euch vielleicht gar nicht kennen. Ich muss gestehen, ich habe es auch erst vor ganz kurzer Zeit kennengelernt. Das ist ein Lego Daktaset. Die 9376 ist das. Und wenn man sich das so anguckt, denkt man so, okay, was soll das jetzt hier sein? Für mich ist das einfach ein Set, bei dem man ganz viele coole Teile, coole Minifiguren bekommt. Das muss aber irgendwie keinen richtigen Sinn ergeben. Also diese Daktarei, das ist wohl irgendwie auch sowas, was an Schulen ausgegeben wurde. Und hier ging es dann wahrscheinlich darum, dass Kinder selbstständig irgendwas bauen können. Aus irgendwie Lego-Steinen, die sie dann zur Verfügung gekriegt haben. Wenn wir gucken, haben wir natürlich hauptsächlich coole Teile. Wir haben die Drachen. Wir haben auch so diese Fässer von Western zum Beispiel. Natürlich diese chromgoldenen Münzen. Wir haben die Drachenritter, wir haben die Fledermausritter, wir haben die Löwenritter. Und halt diese ganzen coole Teile, mit denen man halt eine wirklich schöne Burg bauen kann. Finde ich ein sehr spannendes Set. Würde ich gerne mal wissen, wie das so von der Verpackung her aussah. Das Bild ist jetzt hier von Brickset, weil ich dazu nicht wirklich was anderes gefunden habe. Aber vielleicht muss man da nochmal Nachforschungen anstellen auf Google, auf irgendwelchen englischen Foren oder so. Finde ich auf jeden Fall ein fantastisches Set. Ein Sammelsorium, fast schon wie ein Konvolut, was man irgendwie auf Ebay oder so kauft, wo einfach alles drin ist, was das Herz begehrt. Und was in diesen Rankings natürlich auch immer vorkommen muss, sind die Minifiguren-Packs. Hier haben wir das Buccaneer-Set. Wahrscheinlich ist es so auf Deutsch übersetzt, die Freibäuter. Das Problem an dem Set ist, das war ein Exklusiv-Set, natürlich wieder nur für Nordamerika. Und es gab einfach hier dieses Set nicht wirklich zu bekommen. Das ist ein Set, was ein Minifiguren-Pack ist. Wir haben zwei von den Armada-Jungs dabei. Wir haben Captain Redbeard. Wir haben ein cooles Skelett. Noch das Skelett ist mit den hängenden Armen. Also ein Skelett sollte auch nicht unbedingt die Arme irgendwie noch anspannen können oder so. Und ein Kompanion mit einer Schatztruhe und mit Chrom-Gold-Münzen. Warum in aller Welt muss das hier ein exklusives Set sein? Das ist ein Minifiguren-Pack, das ist ein Battle-Pack, was überall zugänglich sein muss einfach. Fertig aus, da gibt es eigentlich keine Ausreden. Zumal das auch alles Figuren sind, die in verschiedenen Sets vorgekommen sind. Und schaut mal, was die Armada-Jungs einzeln kosten. Das geht so los bei 15 bis 20 Euro und kann so bei 35 bis 40 Euro enden, wenn die voll ausgerüstet sind, je nach Anbieter. Die werden halt selten angeboten und wenn, dann wird es halt richtig teuer. Für mich natürlich tragisch, weil die Armada, das sind glaube ich meine Lieblingspiraten, also meine Lieblingspiraten-Fraktion. Das Armada-Flaggschiff ist auch, glaube ich, mein Lieblingspiratenschiff, würde ich sagen. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, ob es das Beste ist, das ist dann immer noch ein bisschen Raum für Spekulation und Raum für Diskussion. Aber für mich ist das die beste Piraten-Fraktion auf jeden Fall. Die, die am coolsten sind, die am besondersten sind und dass tatsächlich zwei von diesen Figuren in einem exklusiven Set vorkommen müssen, ist sehr unglücklich, wie ich finde. Nichtsdestotrotz, das ändert an dem Set nichts. Wunderbar, dass es solche Minifiguren-Packs damals gab. Und wo wir bei diesem Video ja auch schon bei Nostalgie waren, bei meinen eigenen Geschichten, auch bei meinen eigenen Präferenzen. Dieses Set, dieses Frontier Patrol Set, habe ich damals zur Einschulung in meiner Schultüte gehabt. Also in meiner Einschulungstüte. Und habe mich so unglaublich darüber gefreut, weil ich dieses Set einfach damals schon geliebt habe. Ich weiß noch, wir haben das in so einem kleinen Spielwarenladen hier gesehen irgendwie, den wir in der Nähe hatten. Den gibt es jetzt mittlerweile auch schon lange nicht mehr. Aber da war dieses Set halt und ich so, ja, ich hätte das gerne halt zu meinen Eltern und so. Und ja, nee, vielleicht kriegst du das ja zur Einschulung und habe es dann tatsächlich auch zur Einschulung bekommen. Und habe mich halt so super großartig darauf gefreut. Das kann man gar nicht glauben. Es sind im Prinzip ja nur drei Figuren. Es ist ein Pferd, es ist ein bisschen Gerümpel mit dabei. Und trotzdem war das für mich eins der größten, genialsten Sets, die es jemals gab. Und man muss auch für heutige Verhältnisse sagen, es ist ja im Prinzip ein Battlepack. Natürlich haben wir drei verschiedene Figuren, drei verschiedene Ränge, sage ich mal, vom Militär dabei. Aber das war damals ein richtig cooles Set und das wäre heute auch ein absolut geniales Set. Wir haben bei Lone Ranger ja damals auch so Kavalerie-Battlepack bekommen. Das war vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das hier, denn da haben wir zusätzlich natürlich noch eine Kanone dabei gehabt. Wir haben so ein bisschen anderes Gerümpel auch noch dabei gehabt und den Lone Ranger, wenn man den jetzt unbedingt haben wollte. Aber an sich ist das auch eins meiner absoluten Highlights dieses, also aus dem Jahr, also aus 1997. Und da sieht man mal, dass man keine großen Sets braucht, um irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu sagen, das hier ist irgendwie was Cooles, weil es ein 500-Euro-Set ist. Nee, es kann auch einfach ein 10-Euro-Set sein, was ein absolutes Highlight ist. Auf Platz 3 haben wir die UFO-Reihe, über die muss ich irgendwann auch nochmal unbedingt reden, weil auch wenn ich Space jetzt nicht so großartig mag, das jetzt nicht mein Lieblingsthema ist, diese UFO-Reihe, die fand ich damals schon als Kind fantastisch. Gerade von den Farben her, wir haben dieses alte, coole Graue gehabt, wir haben diese neon, giftgrünen, hellen Scheiben gehabt. Das hat für mich immer so richtig cool zusammengepasst. Das war für mich wirklich Peak-Lego teilweise auch. Einfach von der Optik her, von dem, was es geboten hat. Man muss natürlich sagen, das ist nicht für jeden was. Und Classic Space ist, glaube ich, bei den meisten sowieso beliebter als das hier. Aber irgendwie hat sich das auch bei mir so ins Hirn reingebrannt. Ich habe da nie Sets von gehabt, von den Großen zumindest nicht. Es gab so kleinere Sets. Da gehen wir dann in dem Video, was ich darüber hoffentlich irgendwann mal mache, auch drauf ein. Aber diese ganze Optik mit diesen Figuren, mit diesen coolen Farben, die einfach so super zusammengepasst haben, das ist für mich so im Gedächtnis geblieben. Und natürlich, diese Untertasse ist so das, an was man sich als erstes erinnert, oder an was ich mich als erstes erinnere. Deswegen auch verdient hier in diesem Ranking und auf Platz 3. Der Kampf um Platz 1 ist sehr, sehr knapp gewesen. Aber letztendlich ist auf Platz 2 die 6444. Das ist ein Set, was ich damals auch nicht so wirklich wahrgenommen habe. Das ist so in den letzten Jahren erst so ein bisschen auf meinen Radar gekommen, weil das auch wieder so ein halbexklusives Ding war, was nicht so wirklich zu bekommen war hier irgendwie. Oder was irgendwie nur schwer bekommend war, oder was vielleicht nicht gelaufen ist damals. Ihr wisst es, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Meine Lieblingskindheitsserie, glaube ich, mit der Seegans. Und dieses Flugzeug erinnert natürlich so ein bisschen daran, diese ganze Szenerie erinnert daran. Es gab ja mal so eine Folge bei Baloo irgendwie. Da hat er sein Gedächtnis so ein bisschen verloren. Da sind die auch in so einer Wüste gelandet. Und so ein Pilot hat ihm halt das Fliegen wieder beigebracht, der eigentlich schon tot war im Nachhinein. Also das war so, dass der Pay-Off quasi am Ende, dass der gar nicht mehr gelebt hat und der Geist ihm quasi Fliegen wieder beigebracht hat. Und dieses Set ist für mich natürlich auch deswegen was Besonderes, weil diese Flugzeugform mag ich total gerne halt. Und die Farbe, das passt auch super. Und ich habe mir dieses Set vor ein paar Jahren tatsächlich auf Ebay sichern können für um die 35 Euro, glaube ich. 30, 35 Euro. Und das fand ich so gut ein Deal. Da habe ich sofort zugeschlagen. Da habe ich gar nicht nachgedacht. Da habe ich gedacht, das muss ich auf jeden Fall haben. Da dachte ich erst, dass es irgendwie so ein Fake-Angebot war, weil das Set wird eigentlich selten bis gar nicht angeboten. Und ich glaube, wenn lag es damals zumindest so bei 70 bis 100 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, das nehme ich mit. Und ich habe es hier stehen. Ich werde irgendwann vielleicht mal ein Review dazu machen. Es ist eins, glaube ich, meiner Lieblings-Sets überhaupt, was Flugzeuge angeht. Es ist ein fantastisches Set. Und ich finde es bei solchen Sets immer schade, dass das halt irgendwas Exklusives sein muss. Ja, die Baseplate ist auch exklusiv für dieses Set. Die gab es in dieser Form in keinem anderen Set. Aber ja, deswegen. Es war ein knapper Kampf. Aber leider hat dieses Set nur, in Anführungszeichen, jetzt für einen Platz erreicht. Was natürlich auch schon ganz stark ist. Es war knapp. Aber gewonnen hat tatsächlich ein Set der Indianer aus der Western-Reihe. Und für mich ist das die 6, 7, 4, 8. Für mich ist das das beste Indianer-Set. Wahrscheinlich, wenn man überlegt, wäre das große Indianer-Dorf wahrscheinlich das beste Set. Aber das hier ist einfach ein grandioses Set im Englischen. Boulder Cliff Canyon im Deutschen. Wieder nicht wirklich rauszufinden, wie das geheißen hätte. Denn auch das ist wieder so ein Retail-Limited-Set, was wieder nicht überall verfügbar war. Was, wenn man das irgendwie nachkaufen möchte, jetzt irgendwie 200 Euro plus kostet. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich wert. Aber für mich hat dieses Set alles, was die Indianer einfach groß gemacht haben. Ich mag das Tipi, was dabei ist. Das ist für mich das Bessere von den beiden, die dabei sind. Auch wenn ich das andere auch ganz gerne mag. Wir haben viele coole Indianer mit dabei. Wir haben dieses coole Kajak, ist es glaube ich. Ich glaube, es ist ein Kajak. Verwechsle ich immer wieder. Werde ich auch wahrscheinlich in Zukunft immer verwechseln. Das coole, bedruckte Pferd ist dabei. Und wir haben halt diese kleine Szenerie mit dem Felsen. Und halt mit dieser Landschaft, die dabei ist. Und da frage ich mich halt, könnte man sowas heute nicht vielleicht auch machen? Könnte man das vielleicht ein bisschen updaten? Könnte man sowas vielleicht heute auch rausbringen? Oder ist das wirklich so weit weg von dem, wie es war, dass man das nicht machen kann, weil man damit irgendwelche Völker beleidigt? Und wenn es so weit weg ist von dem, wie es war, warum sagt man dann nicht, okay, das ist einfach eine spielerische Eigenkreation, die nicht angelehnt soll an die Welt, wie sie damals war? Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Ich fand diese Reihe absolut grandios, die Indianer-Reihe und diese einzelnen Sets, die sind auch wirklich super, auch die kleineren Sets. Immer wenn ich diese Bilder sehe, wenn ich mir diese Sets angucke, kriegt man immer wieder mehr und mehr Lust darauf. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob ihr damit gar nichts anfangen könnt. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und damit beende ich dieses Ranking. Ich hoffe, es hat euch so viel Freude gemacht, wie es mir gemacht hat. Ich habe euch ein bisschen von dem, was mir durch den Kopf geht und was ich da mit Erinnerungen verbinde, euch preisgegeben. Und ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Mehr kann ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Habt noch einen schönen Tag und bis bald.